In diesem Video zeige ich dir 10 Methoden, wie du den Faden am Stoff befestigen kannst und erkläre dir, warum eigentlich der Knoten so verpönt ist. Ein einfacher Knoten ist in der Regel zu dünn und würde einfach durch den Stoff durchrutschen. Deshalb gibt es verschiedene andere Methoden, zum Beispiel den Quilterknoten. Hier wickelt man den Faden ein paar Mal um die Nadel herum, hält die Nadel mit dem Faden dann fest und zieht ihn durch. Dadurch bildet sich dann hinten am Fadenende ein Knötchen. Der Knoten hält den Faden dann an der Rückseite fest. Ein zweiter schnell gemachter Knoten ist der Schneiderknoten. Dabei wird nicht die Nadel, sondern der Finger umwickelt und dann durch so eine reibende Bewegung zwischen Zeigefinger und Daumen wird der Faden zusammengebröselt oder zusammengewurschtelt. Und dadurch entsteht ein Knoten, wo meistens aber hinten auch kein Faden mehr rausguckt. Der Vorteil ist, dass man natürlich dann keine losen Fäden hinten hat, wo sich dann irgendwas drin verheddern kann. Hier setze ich den Knoten vorne hin, damit man ihn für das Video gut sehen kann. Ansonsten kommt der Knoten aber natürlich auf die Rückseite. Diese beiden Knotenvarianten benutze ich gerne, wenn ich sehr dicht gestickte Bilder habe, wo ich dann einfach nur den Knoten als Anker hinten benutzen kann. Die dritte Variante ist wiederum ein Knoten. Es ist der Wegwerfknoten oder auf Englisch Away Nut. Hier wird der Knoten nicht genau an der Stickerei aufgesetzt, sondern von oben ungefähr so 5-6 cm entfernt. Und das hat den Hintergrund, dass wenn man fertig ist mit Sticken, dass der Knoten oben abgeschnitten wird und dann das Fadenende, was lang genug sein muss, wieder eingefädelt wird und auf der Rückseite vernäht wird. Diese Methode wird schon sehr lange und auch noch sehr häufig in der traditionellen Stickerei benutzt und ist eigentlich so mit einer der wichtigsten Methoden, mit denen du auskommen kannst, ohne dass irgendwo noch ein Knoten zu sehen ist. Da man eine gewisse Breite des Stickrahmens braucht oder des Gestickten, ist diese Methode zum Beispiel für ganz kleine Stickereien oder für so kleine Stickrahmen gar nicht geeignet, weil man einfach nicht genug Platz hat. Aber ansonsten ist das eigentlich so mit einer der Standardmethoden. Der Doppelstich ist eine sehr einfache, aber effektive Methode. Dafür werden zwei Stiche, die sehr kurz gehalten werden, übereinander gestickt. Am besten lässt man das Fadenende mindestens 1 cm lang, damit nichts nachrutscht. Beim Doppelstich ist immer ein klitzekleiner Stich auf der Vorderseite sichtbar. Dementsprechend kann man diese Methode nur benutzen, wenn man danach diesen kleinen Stich überstickt, zum Beispiel mit einem einzelnen Stich oder wenn man flächig arbeitet. Hier sticke ich zum Beispiel einfach mit Vorstichen über diesen kleinen Mini-Stich drüber hinweg, ohne dass es danach noch sichtbar ist. Als kleines Beispiel habe ich das hier bei der kleinen Kinderjacke benutzt. Und zwar benutze ich hier Wollfäden, die mit der Zeit sowieso dazu neigen, durch die Reibung miteinander zu verfilzen. Und hier ist der Doppelstich perfekt, denn ich kann noch einen kleinen Teil von dem Garn noch hinten rausschauen lassen, mache dann meine zwei Stiche und das Ganze, man sieht ja, ich ziehe hier sehr fest dran, das hält bombenfest. Bei der Überstickmethode wird der Faden einfach auf der Rückseite hingelegt, und zwar genau über die Fläche, die dann danach bestickt werden soll. Das funktioniert besonders gut bei Kreuzstich oder Plattstich, also überall, wo wirklich flächig drüber gestickt wird. Hier sticke ich den Kreuzstich über den Faden drüber, und man sieht so ein bisschen den Faden auf der Unterseite durchscheinen. Ich halte ihn mit einem Finger fest. Wenn sehr flächig und abdeckend gestickt wird auf der Vorderseite, dann kann man auch, anstatt den Faden zu legen, einmal eine kleine Vorstichlinie machen, damit der Faden an der richtigen Stelle ist. Auf der Rückseite kann man das dann auch ganz genau so durch die vorhandenen Stiche hindurchführen und so das Fadenende auch verstecken. Diese Methode wird gern bei der japanischen Stickerei benutzt, da man hier oft beide Seiten sieht. Und das ist auch die ganz große Stärke. Man stickt erst einmal die Linie, so wie man sie haben möchte. Also in diesem Fall wäre das der Vorstich. Dann stickt man einen ganz kleinen Stich ganz am Ende und führt den Faden dann vorne wieder nach oben. Wie gesagt, das hier ist jetzt die Rückseite wieder, nicht die Vorderseite. Und dann imitiert man im Prinzip genau dieselben Stiche, die man vorher gemacht hat. Und was das macht, ist, man bekommt zwar eine etwas dickere Linie, also man sieht schon ein Stück weit, wo man doppelt gestickt hat und wo nicht, aber man sieht nicht wirklich irgendwelche Fäden oder Knötchen oder sonst irgendwas. Also es ist ein sehr unsichtbarer Fadenanfang und vor allem von beiden Seiten unsichtbar. Wenn so wie hier jetzt da noch ein kleiner Schnippel rausguckt von dem Fadenende, kann man den dann noch abschneiden. Diese Methode kann man zum Beispiel auch in der Tüllstickerei benutzen. Da hat man ja ein ähnliches Problem, dass man beide Seiten sieht. Das heißt, man würde einen Knoten oder ähnliches, mal davon abgesehen, dass der hier durchrutschen würde, würde man sofort erkennen. Und hier wird genau dasselbe gemacht. Man stickt einen kleinen Stich, nachdem man erst einmal die Linie vorgestickt hat und dann geht man genau wieder diese einzelnen Stiche nach, die man vorher bestickt hat. Hier in meinem Fall sticke ich nicht durch die Fäden durch, so wie ich das bei dem vorherigen gemacht habe. Ich habe hier einen sehr dicken Faden, sondern ich versuche immer so ein bisschen an dem vorherigen Faden vorbeizukommen, dass es sich so ein bisschen um den vorherigen Faden durchschlängelt. Das ist nicht unbedingt notwendig. Man kann auch einfach durch den Faden hindurchstecken. Auch hier kann man diesen Fadenüberrest abschneiden. Der ist nicht in Gefahr. Das rutscht jetzt nicht mehr durch, nachdem das alles von der zweiten Lage quasi befestigt wurde. Eine ganz andere Methode ist es, die Fäden einfach hängen zu lassen. Dabei werden die Fäden relativ lang gelassen, also bis zu 10 cm oder länger, und dann einfach an den Seiten lose gelassen, sowohl beim Anfang als auch beim Ende. Der Vorteil dabei ist, dass man auch nachträglich noch bestimmte Farben wieder benutzen kann, wenn man jetzt zum Beispiel ein Stickbild hat mit sehr vielen unterschiedlichen Farben. Während des Stickens werden dann diese Fäden teilweise mit eingestickt und überstickt, sodass sie an und für sich schon eine gewisse Stabilität haben. Diese Methode funktioniert also nur da, wo man wirklich flächig stickt und keine einzelnen Elemente hat. Beim Einweben brauchst du vorher eine Menge Stiche, die auf der Rückseite sind. Hier webst du mit der Nadel mehrfach über und unter die Stiche auf der Rückseite und dann gehst du da einfach 2-3 Mal in unterschiedliche Richtungen und dann ist der Faden auch schon gesichert. Dieselbe Methode kannst du benutzen, um den Faden auf der Rückseite zu verweben, wenn er fertig ist. Der Schlaufen-Trick ist eine ganz einfache, aber effektive Methode. Dafür brauchst du entweder 1, 2, 4 oder 6 Fäden. Es wird immer die Hälfte der Anzahl der Fäden benutzt, die du benutzen möchtest. Wenn du also mit 2 Fäden sticken möchtest, musst du einen Faden nehmen. Der Faden wird dann in der Mitte halbiert, also nicht durchgeschnitten, sondern gefaltet, so dass du am Ende eine Schlaufe hast. Dann stickst du mit der Nadel einen kurzen Stich auf deinen Stoff und gehst dann durch die Schlaufe mit der Nadel noch einmal durch, so dass diese Schlaufe nicht durch den Stoff durchrutscht, sondern festgehalten wird. Jetzt hast du einen ganz kleinen Stich auf deinem Stoff, den du dann ganz normal übersticken kannst und dann kann es losgehen. Hier zeige ich dir den Schlaufen-Trick noch einmal für Stickerei. Der Schlaufen-Trick ist super geeignet für gestricktes, denn so vermeidest du jegliche Knötchen, die dann vielleicht an einem Kleidungsstück reiben würden oder durchrutschen würden auf die Vorderseite. Ganz ähnlich wie der Schlaufen-Trick funktioniert die Schlaufe mit einem Knoten. Das funktioniert allerdings nur, wenn du mehr als einen Faden oder einen sehr dicken Faden, den du durchstechen kannst, zur Verfügung hast. Hier wird zuerst ein Knoten gemacht und dann gehst du mit der Nadel durch die Fäden hindurch, also hier bei den zwei Fäden gehst du in der Mitte durch oder bei einem dicken Faden einfach durch den Faden hindurch. Und so hat man im Prinzip auch wieder so eine Schlaufe wie beim vorherigen, nur dass sie mit einem Knoten gebildet wird. Hier siehst du, wie ich das Ganze noch einmal mit einem Wollfaden mache. Wenn du es für Kleidung benutzen möchtest, dann würde ich empfehlen, den Faden hinter dem Knoten länger zu lassen und diesen dann auch noch zu verweben, damit der Knoten nicht durch das Gestrickte hindurchrutscht. Warum darf man jetzt eigentlich keinen Knoten benutzen? Früher wurde unter anderem die Qualität einer Stickerei an der Sauberkeit der Rückseite gemessen. Das war auch deshalb so, weil die bestickten Textilien durchaus von der Rückseite auf sichtbar waren. Bei einer Tischdecke oder einem Handtuch blitzt schon mal die Rückseite raus. Es hatte aber auch noch einen anderen Hintergrund. Ein Knoten kann sich relativ leicht lösen. Fäden laufen über die Jahre doch ein wenig ein und wenn der Faden am Knoten zu kurz ist, kann er durchrutschen oder sich lösen. Auch bietet ein Knoten Reibungsfläche, wenn die Stickerei auf der Haut aufliegt. Gerade an empfindlichen Stellen an der Haut, zum Beispiel hier, am Hals zum Beispiel, kann ein Knoten durchaus zu Irritationen führen und einfach kratzen. Deshalb plädiere ich bei Textilien, die getragen und oder gewaschen werden, immer dafür, keinen Knoten zu benutzen. Bei Stickbildern, die als Deko an der Wand hängen, ist das jedoch absolut egal. Auch wenn die Rückseite zu sehen ist, also zum Beispiel bei Handtüchern, Schals oder Vorhängen, lohnt es sich, die Rückseite einigermaßen ordentlich zu sticken. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, wie die Rückseite sauberer gestickt werden kann, dann schreib mir das gerne in die Kommentare. Jetzt wisst ihr Bescheid, welche Methoden es zum Fadenanfang gibt, aber jetzt kommt natürlich die große Frage auf, wie beende ich denn den Faden? In den meisten Fällen ist es sehr ähnlich, wie der Fadenanfang, aber ich werde noch ein zusätzliches Video dazu machen, wie man den Faden auch in unterschiedlichen Situationen beenden kann. Sollte dieses Video schon veröffentlicht sein, dann verlinke ich es hier, sodass ihr es ganz einfach finden könnt. Bis zum nächsten Mal, eure Anne.